Ich lerne Deutsch. Nummer 8152 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie stellst du sicher, dass du die Erwartungen deiner Kunden erfüllst? Wie stellst du sicher, dass du die Erwartungen deiner Kunden erfüllst? Ich stehe jeden Tag mit Freude auf, weil ich das Leben liebe und immer positiv denke. Ich stehe jeden Tag mit Freude auf, weil ich das Leben liebe und immer positiv denke. Diese Ernährung war gestern. Ab jetzt gibt es nur noch gesundes Essen. Diese Ernährung war gestern. Ab jetzt gibt es nur noch gesundes Essen. Diese Ernährung war gestern. Ab jetzt gibt es nur noch gesundes Essen. Auch bei hohen Geschwindigkeiten sind Kunststücke auf dem Skateboard für mich kein Problem. Sei ein Lehrer und lerne von anderen. Jeder hat eine einzigartige Perspektive und Erfahrung. Sei ein Lehrer und lerne von anderen. Jeder hat eine einzigartige Perspektive und Erfahrung. Ich fahre Fahrrad, weil es die Umwelt nicht belastet und ich ein besseres Gewissen habe. Ich fahre Fahrrad, weil es die Umwelt nicht belastet und ich ein besseres Gewissen habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ANSIE Ich bin ein Lieblingsblings.